Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarck Kapitel 1 Wir liegen neun Kilometer hinter der Front. Gestern wurden wir abgelöst. Jetzt haben wir den Magen voll weißer Bohnen mit Rindfleisch und sind satt und zufrieden. Sogar für abends hat jeder noch ein Kochgeschirr vollfassen können. Dazu gibt es außerdem doppelte Wurst und Brotportion. Das schafft. So ein Fall ist schon lange nicht mehr da gewesen. Der Küchenbulle mit seinem roten Tomatenkopf bietet das Essen direkt an. Jedem, der vorbeikommt, winkt er mit seinem Löffel zu und füllt ihm einen kräftigen Schlag ein. Er ist ganz verzweifelt, weil er nicht weiß, wie er seine Gulaschkanone leer kriegen soll. Tjaden und Müller haben ein paar Waschschüsseln aufgetrieben und sie sich bis zum Randgestrichen vollgeben lassen als Reserve. Tjaden macht das aus Fresssucht. Müller aus Vorsicht. Tjaden es lässt, ist allen ein Rätsel. Er isst und bleibt ein magerer Hering. Das Wichtigste aber ist, dass es auch doppelte Rauchportionen gegeben hat. Für jeden 10 Zigarren, 20 Zigaretten und 2 Stück Kautabak. Das ist sehr anständig. Ich habe mein Kautabak mit Kaczynski gegen seine Zigaretten getauscht. Das macht für mich 40 Zigaretten. Damit langt man schon einen Tag. Dabei steht uns diese ganze Bescherung eigentlich nicht zu. So splendid sind die Preußen nicht. Wir haben sie nur einem Irrtum zu verdanken. Vor 14 Tagen mussten wir nach vorn, um abzulösen. Es war ziemlich ruhig in unserem Abschnitt und der Fourier hatte deshalb für den Tag unserer Rückkehr das normale Quantum Lebensmittel erhalten und für die 150 Mann starke Kompanie vorgesorgt. Nun aber gerade am letzten Tage kam bei uns überraschend viel Langrohr und dicke Brocken. Englische Artillerie, die ständig auf unsere Stellung trommelte, sodass wir starke Verluste hatten und nur mit 80 Mann zurückkam. Wir waren nachts eingerückt und hatten uns gleich hingehauen, um erst einmal anständig zu schlafen, denn Kaczynski hatte recht. Es wäre alles nicht so schlimm mit dem Krieg, wenn man nur mehr Schlaf haben würde. Vorne ist es doch nie etwas damit und 14 Tage jedes Mal sind eine lange Zeit. Es war schon Mittag, als die ersten von uns aus dem Baracken krochen. Eine halbe Stunde später hatte jeder sein Kochgeschirr gegriffen und wir versammelten uns vor der Gulaschmarie, die fettig und nahrhaft roch. An der Spitze natürlich die hungrigsten, der kleine Albert Kropp, der von uns am klarsten denkt und deshalb erst gefreiter ist. Müller V., der noch Schulbücher mit sich herumschleppt und vom Notexamen träumt. Im Trommelfeuer büffelt er physikalische Lehrsätze. Lehr, der ein Vollbad trägt und große Vorliebe für Mädchen aus den Offizierspuffs hat. Er schwört darauf, dass sie durch Armeebefehl verpflichtet wären, seidene Hemden zu tragen und bei Gästen vom Hauptbahn aufwärts vorher zu baden. Als vierter ich Paul Bäumer, alle vier 19 Jahre alt, alle vier aus derselben Klasse in den Krieg gegangen. Dicht hinter uns unsere Freunde. Tjaden, ein magerer Schlosser, so alt wie wir, der größte Fresser der Kompanie. Er setzt sich schlank zum Essen hin und steht dick wie eine schwangere Wanze wieder auf. Haie Westhus, gleich alt, Torfstecher, der bequem ein Kommissbrot in eine Hand nehmen und fragen kann, ratet mal, was ich in der Faust habe. Detering, ein Bauer, der nur an seinen Hof und seine Frau denkt. Und endlich Stanislaus Kaczynski, das Haupt unserer Gruppe. Zäh, schlau, gerissen, 40 Jahre alt, mit einem Gesicht aus Erde, mit blauen Augen, hängenden Schultern und einer wunderbaren Witterung für dicke Luft, gutes Essen und schöne Druckposten. Unsere Gruppe bildete die Spitze der Schlange vor der Gulaschkanone. Wir wurden ungeduldig, denn der ahnungslose Küchenkahl stand noch immer und wartete. Endlich rief Kaczynski ihm zu. Nun mach doch dein Bouillon-Keller schon auf, Heinrich. Man sieht doch, dass die Bohnen gar sind. Der schüttelte schläfrig den Kopf. Ihr müsst erst alle da sein. Tjaden grinste. Wir sind alle da. Der Unteroffizier merkte noch nichts. Das könnte euch so passen. Wo sind denn die anderen? Die werden heute nicht von dir verpflegt. Feld, Lazarett und Massengrab. Der Küchenbulle war erschlagen, als er die Tatsachen erfuhr. Er wankte. Und ich habe für 150 Mann gekocht. Krop stieß ihm in die Rippen. Dann werden wir endlich mal satt. Los, fang an. Plötzlich aber durchfuhr Tjaden eine Erleuchtung. Sein spitzes Mausegesicht fing ordentlich an zu schimmern. Die Augen wurden klein vor Schlauheit. Die Backen zuckten. Und er trat dichter heran. Menschenskind, dann hast du ja auch für 150 Mann Brot empfangen, was? Der Unteroffizier nickte verdattert und geistesabwesend. Tjaden packte ihn beim Rock. Und Wurst auch? Der Tomatenkopf nickte wieder. Tjadens Kiefer bebten. Tabak auch? Ja, alles. Tjaden sah sich strahlend um. Donnerwetter. Das nennt man Schweinhaben. Das ist dann ja alles für uns. Da kriegt jeder ja... Wartet mal. Tatsächlich. Genau doppelte Portionen. Jetzt aber erwachte die Tomate wieder zum Leben und erklärte, das geht nicht. Doch nun wurden auch wir munter und schoben uns heran. Warum geht das nicht, du Moorrübe? Fragte Kaczynski. Was für 150 Mann, es kann doch nicht für 80 sein. Das werden wir dir schon zeigen, knurrte Müller. Das Essen meinetwegen, aber Portionen kann ich nur für 80 Mann ausgeben, beharrte die Tomate. Kaczynski wurde ärgerlich. Du musst wohl mal abgelöst werden, was? Du hast nicht für 80 Mann, sondern für die zweite Kompanie Vorage empfangen. Fertig. Die gibst du aus. Die zweite Kompanie sind wir. Wir rückten dem Kerl auf den Leib. Keiner konnte ihn gut leiden. Er war schon ein paar Mal schuld dran gewesen, dass wir im Graben das Essen viel zu spät und kalt bekommen hatten, weil er sich bei etwas Granatfeuer mit seinem Kessel nicht nahe genug herantraute, sodass unsere Essensholder einen viel weiteren Weg machen mussten als die der anderen Kompanien. Da war Bulke von der Ersten ein besserer Bursche. Er war zwar fett wie ein Winterhamster, aber er schleppte, wenn es drauf ankam, die Töpfe selbst bis zur vordersten Linie. Wir waren gerade in der richtigen Stimmung und es hätte bestimmt Kleinholz gegeben, wenn nicht unser Kompanieführer aufgetaucht wäre. Er erkundigte sich nach dem Streitfall und sagte vorläufig nur, Herr, wir haben gestern starke Verluste gehabt. Dann guckte er in den Kessel. Die Bohnen scheinen gut zu sein. Die Tomate nickte. Mit Fett und Fleisch gekocht. Der Leutnant sah uns an. Er wusste, was wir dachten. Auch sonst wusste er noch manches. Denn er war zwischen uns groß geworden und als Unteroffizier zur Kompanie gestoßen. Er hob den Deckel noch einmal vom Kessel und schnupperte. Im Weggehen sagte er, bringt mir auch einen Teller voll und die Portionen werden alle verteilt. Wir können sie brauchen. Die Tomate machte ein dummes Gesicht. Tjaden tanzte um sie herum. Das schadet dir gar nichts. Als ob ihm das Proviantamt gehört. So tut er. Und nun fang an, du alter Speckjäger, und verzähle dich nicht. Häng dich auf, fauchte die Tomate. Sie war geplatzt. So etwas ging ihr gegen den Verstand. Sie begriff die Welt nicht mehr. Und als wollte sie zeigen, dass nun schon alles egal sei, verteilte sie pro Kopf freiwillig noch ein halbes Pfund Kunsthonig. Der Tag ist wirklich gut heute. Sogar Post ist da. Fast jeder hatte ein paar Briefe und Zeitungen. Nun schlendern wir zu der Wiese hinter dem Baracken hinüber. Kropp hat den runden Deckel eines Margarinefass unterm Arm. Am rechten Rande der Wiese ist eine große Massenlatrine erbaut. Ein überdachtes, stabiles Gebäude. Doch das ist etwas für Rekruten, die noch nicht gelernt haben, aus jeder Sache Vorteil zu ziehen. Wir suchen etwas Besseres. Überall verstreut stehen nämlich noch kleine Einzelkästen für denselben Zweck. Die sind viereckig, sauber, ganz aus Holz getischelat, rundherum geschlossen, mit einem tadellosen, bequemen Sitz. An den Seitenflächen befinden sich Handgriffe, sodass man sie abtransportieren kann. Wir rücken drei im Kreise zusammen und nehmen gemütlich Platz. Vor zwei Stunden werden wir hier nicht wieder aufstehen. Ich weiß noch, wie wir uns anfangs genierten als Rekruten in der Kaserne, wenn wir die Gemeinschaftslatrine benutzen mussten. Türen gibt es da nicht. Es sitzen 20 Mann nebeneinander wie in der Eisenbahn. Sie sind mit einem Blick zu übersehen. Der Soldat soll eben ständig unter Aufsicht sein. Wir haben inzwischen mehr gelernt, als ein bisschen Scham zu überwenden. Mit der Zeit wurde uns noch ganz anderes geläufig. Hier draußen ist die Sache aber geradezu ein Genuss. Ich weiß nicht mehr, weshalb wir früher an diesen Dingen immer so scheu vorbeigehen mussten. Sie sind ja ebenso natürlich wie Essen und Trinken. Und man brauchte sich vielleicht auch nicht besonders darüber zu äußern, wenn sie nicht so eine wesentliche Rolle bei uns spielten und gerade uns neu gewesen wären. Den übrigen waren sie längst selbstverständlich. Dem Soldaten ist sein Magen und seine Verdauung ein vertrauteres Gebiet als jedem anderen Menschen. Drei Viertel seines Wortschatzes sind ihm entnommen. Und sowohl der Ausdruck höchster Freude als auch tiefster Entrüstung findet hier seine kernige Untermalung. Es ist unmöglich, sich auf eine andere Art so knapp und klar zu äußern. Unsere Familien und unsere Lehrer werden sich schön wundern, wenn wir nach Hause kommen. Aber es ist hier nun mal die Universalsprache. Für uns haben diese ganzen Vorgänge den Charakter der Unschuld wiedererhalten durch ihre zwangsmäßige Öffentlichkeit. Mehr noch, sie sind uns so selbstverständlich, dass ihre gemütliche Erledigung ebenso gewertet wird, wie meinetwegen ein schön durchgeführter, bombensicherer Grant ohne Viere. Nicht umsonst ist für Geschwätz aller Ort das Wort Latrinparole entstanden. Diese Orte sind die Klatschecken und der Stammtischersatz beim Kommiss. Wir fühlen uns augenblicklich wohler als im noch so weißgekachelten Luxus-Lokus. Dort kann es nur hygienisch sein, hier ist es aber schön. Es sind wunderbar gedankenlose Stunden. Über uns steht der blaue Himmel. Am Horizont hängen hellbestrahlte gelbe Fesselballons und die weißen Wölkchen der Flakgeschosse. Manchmal schnellen sie wie eine Garbe hoch, wenn sie einen Flieger verfolgen. Nur wie ein sehr fernes Gewitter hören wir das gedämpfte Brummen der Front. Hummeln, die vorüber summen, übertönen es schon. Und rund um uns liegt die blühende Wiese. Die zarten Rispen der Gräser wiegen sich. Kohlweißlinge taumeln heran. Sie schweben im weichen, warmen Wind des Spätsommers. Wir lesen Briefe und Zeitungen und rauchen. Wir setzen die Mützen ab und legen sie neben uns. Der Wind spielt mit unseren Haaren. Er spielt mit unseren Worten und Gedanken. Die drei Kästen stehen mitten im leuchtenden roten Klatschmohn. Wir legen den Deckel des Margarinefasses auf unsere Knie. So haben wir eine gute Unterlage zum Skatspielen. Kropp hat die Karten bei sich. Nach jedem Lolovert wird eine Partie Schieberamsch eingelegt. Man könnte ewig so sitzen. Die Töne einer Ziehharmonika klingen von dem Baracken her. Manchmal legen wir die Karten hin und sehen uns an. Einer sagt dann, Kinder, Kinder, oder das hätte schief gehen können. Und wir versinken einen Augenblick in Schweigen. In uns ist ein starkes, verhaltenes Gefühl. Jeder spürt es. Das braucht nicht viele Worte. Leicht hätte es sein können, dass wir heute nicht auf unseren Kästen säßen. Es war verdammt nahe dran. Und darum ist alles neu und stark. Der rote Mohn und das gute Essen, die Zigaretten und der Sommerwind. Kropp fragt sich. Hat einer von euch Kemmerich nochmal gesehen? Er liegt in St. Josef, sage ich. Müller meint, er habe einen Oberschenkeldurchschuss. Einen guten Heimatpass. Wir beschließen, ihn nachmittags zu besuchen. Kropp holt einen Brief hervor. Ich soll euch grüßen von Kantorek. Wir lachen. Müller wirft seine Zigarette weg und sagt, ich wollte, der wäre hier. Kantorek war unser Klassenlehrer. Ein strenger, kleiner Mann mit grauem Schoßrock, mit einem Spitzmausgesicht. Er hatte ungefähr dieselbe Statur wie der Unteroffizier Himmelsstoß, der Schrecken des Klosterberges. Es ist übrigens komisch, dass das Unglück der Welt so oft von kleinen Leuten her rührt. Sie sind viel energischer und unverträglicher als Großgewachsene. Ich habe mich stets gehütet, in Abteilungen mit kleinen Kompanieführern zu geraten. Es sind meistens verfluchte Schinder. Kantorek hielt uns in den Turnstunden so lange Vorträge, bis unsere Klasse unter seiner Führung geschlossen zum Bezirkskommando zog und sich meldete. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er uns durch seine Brillengläser anfunkelte und mit ergriffener Stimme fragte, »Ihr geht doch mit, Kameraden!« Diese Erzieher haben ihr Gefühl so oft in der Westentasche parat. Sie geben es ja auch stundenweise aus. Doch darüber machten wir uns damals noch keine Gedanken. Einer von uns allerdings zögerte und wollte nicht recht mit. Das war Josef Behm, ein dicker, gemütlicher Bursche. Er ließ sich dann aber überreden. Er hätte sich auch sonst unmöglich gemacht. Vielleicht dachten noch mehrere so wie er, aber es konnte sich niemand gut ausschließen, denn mit dem Wort »Feige« waren um diese Zeit sogar Eltern rasch bei der Hand. Die Menschen hatten eben alle keine Ahnung von dem, was kam. Am vernünftigsten waren eigentlich die armen und einfachen Leute. Sie hielten den Krieg gleich für ein Unglück, während die Bessergestellten vor Freude nicht aus noch einwussten, ob schon gerade sie sich über die Folgen viel eher hätten klar werden können. Kaczynski behauptet, das käme von der Bildung, sie mache dämlich. Und was Katz sagt, das hat er sich gut überlegt. Sonderbarerweise war Behm einer der Ersten, die fielen. Er hielt bei einem Sturm einen Schuss in die Augen, und wir ließen ihn für tot liegen. Mitnehmen konnten wir ihn nicht, weil wir überstürzt zurück mussten. Nachmittags hörten wir ihn plötzlich rufen und sahen ihn draußen herumkriechen. Er war nur bewusstlos gewesen. Weil er nichts sah und wild vor Schmerzen war, nutzte er keine Deckung aus, sodass er von drüben abgeschossen wurde, ehe jemand herankam, um ihn zu holen. Man kann Kantorek natürlich nicht damit in Zusammenhang bringen. Wo bliebe die Welt sonst, wenn man das schon Schuld nennen so wollte? Es gab ja tausende von Kantoreks, die alle überzeugt waren, auf eine für sie bequeme Weise das Beste zu tun. Darin liegt aber gerade für uns ihr Bankrott. Sie sollten uns 18-jährigen Vermittler und Führer zur Welt des Erwachsenenseins werden, zur Welt der Arbeit, der Pflicht, der Kultur und des Fortschritts, zur Zukunft. Wir verspotteten sie manchmal und spielten ihnen kleine Streiche, aber im Grunde glaubten wir ihnen. Mit dem Begriff der Autorität, dessen Träger sie waren, verband sich in unseren Gedanken größere Einsicht und menschliches Wissen. Doch der erste Tote, den wir sahen, zertrümmerte diese Überzeugung. Wir mussten erkennen, dass unser Alter ehrlicher war als das ihre. Sie hatten vor uns nur die Phase und die Geschicklichkeit voraus. Das erste Trommelfeuer zeigte uns unseren Irrtum, und unter ihm stürzte die Weltanschauung zusammen, die sie uns gelehrt hatten. Während sie noch schrieben und redeten, sahen wir Lazarette und Sterbende. Während sie den Dienst am Staate als das Größte bezeichneten, wussten wir bereits, dass die Todesangst stärker ist. Wir wurden darum keine Meuterer, keine Deserteure, keine Feiglinge. All diese Ausdrücke waren ihnen ja so leicht von der Hand. Wir liebten unsere Heimat genauso wie sie, und wir gingen bei jedem Angriff mutig vor. Aber wir unterschieden jetzt. Wir hatten mit einem Male Sehen gelernt, und wir sahen, dass nichts von ihrer Welt übrig blieb. Wir waren plötzlich auf furchtbare Weise allein, und wir mussten allein damit fertig werden. Bevor wir zu Kemmerich aufbrechen, packen wir seine Sachen ein. Er wird sie unterwegs gut brauchen können. Im Feld Lazarett ist großer Betrieb. Es riecht wie immer nach Kabul, Eiter und Schweiß. Man ist aus dem Baracken manches gewohnt, aber hier kann einem doch flau werden. Wir fragen uns nach Kemmerich durch. Er liegt in einem Saal und empfängt uns mit einem schwachen Ausdruck von Freude und hilfloser Aufregung. Während er bewusstlos war, hat man ihm seine Uhr gestohlen. Müller schüttelt den Kopf. Ich habe dir ja immer gesagt, dass man eine gute Uhr nicht mitnimmt. Müller ist etwas tapsig und rechthaberisch. Sonst würde er den Mund halten, denn jeder sieht, dass Kemmerich nicht mehr aus diesem Saal herauskommt. Ob er seine Uhr wiederfindet, ist ganz egal. Höchstens, dass man sie ihm nach Hause schicken konnte. Wie geht's dir denn, Franz? fragte Kropp. Kemmerich lässt den Kopf sinken. Es geht ja. Ich habe bloß so verfluchte Schmerzen im Fuß. Wir sehen auf seine Decke. Sein Bein liegt unter einem Drahtkorb. Das Deckbett wölbt sich dick darüber. Ich trete Müller gegen das Schienbein, denn er brächte es fertig. Er bricht zu sagen, was uns die Sanitäter draußen schon erzählt haben. Das Kemmerich kein Fuß mehr hat. Das Bein ist amputiert. Er sieht schrecklich aus. Gelb und fahl. Im Gesicht sind schon die fremden Linien, die wir so genau kennen, weil wir sie schon hundertmal gesehen haben. Es sind eigentlich keine Linien, es sind mehr Zeichen. Unter der Haut pulsiert kein Leben mehr. Es ist bereits herausgedrängt bis an den Rand des Körpers. Von innen arbeitet sich der Tod durch. Die Augen beherrscht er schon. Dort liegt unser Kamerad Kemmerich, der mit uns vor kurzem noch Pferdefleisch gebraten und im Trichter gehockt hat. Er ist es noch. Und er ist doch nicht mehr. Verwaschen, unbestimmt ist sein Bild geworden, wie eine fotografische Platte, auf der zwei Aufnahmen gemacht worden sind. Selbst seine Stimme klingt wie Asche. Ich denke daran, wie wir damals abfuhren. Seine Mutter, eine gute, dicke Frau, brachte ihn zum Bahnhof. Sie weinte ununterbrochen. Ihr Gesicht war davon gedunsen und geschwollen. Kemmerich genierte sich deswegen, denn sie war am wenigsten gefasst von allen. Sie zerfloss förmlich in Fett und Wasser. Dabei hatte sie es auf mich abgesehen. Immer wieder ergriff sie meinen Arm und flehte mich an, auf Franz draußen Acht zu geben. Er hatte allerdings auch ein Gesicht wie ein Kind und so weiche Knochen, dass er nach vier Wochen Tonnister tragen schon Plattfüße bekam. Aber wie kann man im Felder auf jemanden Acht geben? Du wirst ja nun nach Hause kommen, sagte Kropp. Auf Urlaub hättest du mindestens noch drei, vier Monate warten müssen. Kemmerich nickt. Ich kann seine Hände nicht gut ansehen. Sie sind wie Wachs. Unter den Nägeln sitzt der Schmutz des Grabens. Er sieht blau-schwarz aus wie Gift. Mir fällt ein, dass diese Nägel weiter wachsen werden. Lange noch. Gespenstische Kellergewächse, wenn Kemmerich längst nicht mehr atmet. Ich sehe das Bild vor mir. Sie krümmen sich zu Korkenziehern und wachsen und wachsen und mit ihnen die Haare auf den zerfallenen Schädel, wie Gras auf gutem Boden. Genau wie Gras. Wie ist das nun möglich? Müller bückt sich. Wir haben deine Sachen mitgebracht, Franz. Kemmerich zeigt mit der Hand. Leg sie unters Bett. Müller tut es. Kemmerich fängt wieder von der Uhr an. Wie soll man ihn nur beruhigen, ohne ihr Misstrauisch zu machen? Müller taucht mit ein paar Fliegerstiefel wieder auf. Es sind herrliche englische Schuhe aus weichem gelben Leder, die bis zum Knie reichen und ganz hinauf geschnürt werden. Eine begehrte Sache. Müller ist von ihrem Anblick begeistert. Er hält ihre Sohlen gegen seine eigenen, klobigen Schuhe und fragt, Willst du die denn mit nach Hause nehmen, Franz? Wir denken alle drei das Gleiche. Selbst wenn er gesund würde, könnte er nur einen gebrauchen. Sie wären für ihn also wertlos. Aber wie es jetzt steht, ist es ein Jammer, dass sie hierbleiben, denn die Sanitäter werden sie natürlich sofort wegschnappen, wenn er tot ist. Müller wiederholt. Willst du sie nicht hier lassen? Kemmerich will nicht. Es sind seine besten Stücke. Wir können sie ja umtauschen, schlägt Müller wieder vor. Hier draußen kann man sowas gebrauchen. Doch Kemmerich ist nicht zu bewegen. Ich trete Müller auf den Fuß. Er legt die schönen Stiefel zögernd wieder unters Bett. Wir reden noch einiges und verabschieden uns dann. Mach's gut, Franz. Ich verspreche ihm, morgen wieder zu kommen. Müller redet ebenfalls davon. Er denkt an die Schnürschuhe und will deshalb auf Posten sein. Kemmerich stöhnt. Er hat Fieber. Wir halten draußen einen Sanitäter an und reden ihm zu, Kemmerich eine Spritze zu geben. Er lehnt ab. Wenn wir jedem Morphium geben wollten, müssten wir Fässer voll haben. Du bedienst wohl nur Offiziere, sagte Krop gehässig. Rasch legte ich mich ins Mittel und gebe dem Sanitäter zunächst mal eine Zigarette. Er nimmt sie. Dann frage ich. Darfst du denn überhaupt eine machen? Er ist beleidigt. Wenn ihr es nicht glaubt, was fragt ihr mich? Ich drücke ihm noch ein paar Zigaretten in die Hand. Tu uns den Gefallen. Na schön, sagte er. Krop geht mit ihm hinein. Er traut ihm nicht und will zusehen. Wir warteten draußen. Müller fängt wieder von den Stiefeln an. Sie würden mir tadellos passen. In diesen Kähnen laufe ich mir Blasen über Blasen. Glaubst du, dass er durchhält bis morgen nach dem Dienst? Wenn er nachts abgeht, haben wir die Stiefel gesehen. Krop kommt zurück. Meint ihr, fragt er. Erledigt, sagt Müller abschließend. Wir gehen zu unserem Baracken zurück. Ich denke an den Brief, den ich morgen schreiben muss an Kemmerys Mutter. Mich friert. Ich möchte einen Schnaps trinken. Müller rupft Gräser aus und kaut daran. Plötzlich wirft der kleine Krop seine Zigarette weg. Trampelt wild darauf herum. Sieht sich um mit einem aufgelösten und verstörten Gesicht und stammelt. Verfluchte Scheiße. Diese verfluchte Scheiße. Wir gehen weiter. Eine lange Zeit. Krop hat sich beruhigt. Wir kennen das. Es ist der Frontkoller. Jeder hat ihn mal. Müller fragt ihn. Was hat hier der Kantorek eigentlich geschrieben? Er lacht. Wir wären die eiserne Jugend. Wir lachen alle drei ärgerlich. Krop schimpft. Er ist froh, dass er reden kann. Ja, so denken sie. So denken sie. Die hunderttausend Kantoreks. Eiserne Jugend. Jugend. Wir sind alle nicht mehr als zwanzig Jahre. Aber jung. Jugend. Das ist lange her. Wir sind alte Leute. Wir sind alte Leute.